Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute ein bisschen den Tag über mit bei der Generalprobe für die Regionalmeisterschaft Süd. Ich wollte eigentlich erst eine Halle anfangen, aber ich stehe gerade vor verschlossener Tür vor der Tiefgarage und warte, bis die aufgemacht wird. Deswegen nutze ich gerade noch die Zeit und mache das Intro. Wir haben jetzt gleich erstmal noch Training und später kommen dann die Eltern bzw. Zuschauer und schauen sich unsere Generalprobe an. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt wie es heute laufen wird. Das ist jetzt das letzte Wochenende vor der Regionalmeisterschaft. Nächsten Samstag, also in sechs Tagen ist es soweit und fahren wir auf die Regionalmeisterschaft und hoffen, dass wir uns für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Aber da wird heute der Tag auf jeden Fall ausschlaggebend sein. Deswegen mal schauen was heute alles so passiert, wie es so läuft. Und wie gesagt, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Deswegen viel Spaß beim Video. Wir sind jetzt in der Halle. Heute wird mich beim Filmen Katie unterstützen. Die kennt ihr vielleicht noch vom letzten Video. Von der Invalidenbank. Von der Invalidenbank. Sitzt hier heute leider wieder drauf. Wie filmen wir uns? Zwei. Auf der Invalidenbank. Klappen! Das ist keine Invalidenbank, weil ich bin nicht Invalide. Ich schon. Ich habe mein Kreuzband gerissen im Drehneck. Also nicht. Beim Standen werde ich wahrscheinlich nicht viel filmen können. Könnt ihr euch denken. Deswegen übernehme ich. Perfekt. Die zwei Experten beurteilen. Oder médi4 Sie? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 12, auf. Die Option speedreise liegt auf, das ist unmöglich, und in der invalidenbank geht schon. Geht schon! Kommt schon! Sehr schön! Selina, wie geht's dir? Was haben wir hier? Sehr spannend. Ich bin verletzt leider, deswegen fahre ich mit ihm aus. Ach so, herzlich willkommen auf der Invalidenbank. Danke. Wir freuen uns, dass du Mitglied bist. So, hier ist die Maxi. Die hilft jetzt einmal da den Shoulder Stand hoch. Ist da jetzt Backspot am Shoulder Stand. Mittels vorne haben, glaube ich, die Motions vergessen. Und hoch! Yay! Sehr schön! Hallo und herzlich willkommen zu Maxis Video! Uiuiuiui! Wir sitzen hier auf der Invalidenbank. Genau. Wir haben beide am linken Knie Probleme. Nicht ein gerissenes, es ist nicht mehr gerissen, ein Kreuzband. Stimmt schon, es ist ein neues Kreuzband. Und Selina, was fehlt bei dir? Ich habe mich am Knochen verletzt am Knie. Läuft wohl? Mein Rissenknochen. Die Invalidenbank, ich wollte gerade sagen, wird immer größer. Aber ich glaube, es ist genauso groß wie auf der letzten Neustadt. Es sind andere Leute, plus ich. Loser Scharfere aufbauen! Nummer 3, 2, 3, 5, 7, 4! Ordnung! Trennend, beinahe! Torne! Warte! Ja, wir rollen jetzt! Ich! Oh, wir laufen jetzt hornig! Ja, wir kommen in den Wetter! Auf geht's. Gänsten, wir sind in der nächsten Minute. Ja, wir sind in der nächsten Minute! Ja, wir werden in der nächsten Minute. びっ… …Tabout! Eng, fest… …Hochrollen! Hoch mit dir! Sehr gut! Und euch! Du läufst genau auf die Kamera. Ja? Du machst ja auch die Kamera! Nennst du weg da! Da muss ich hin, da muss ich hin, das ist mein Platz. 7-8, 1, 2, 3, 4! 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 27, 26, 27! Augenhöre 13,5,7,8,1, 2, 3, 5, 7,8,1, 2, 3, 5, 6, 7,8,1, 2, 3, 5, 6, 7,8 × 1, 2, 3, 5, 6, 7,8 1, 2, 3, 5, 6, 7,8 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3 5, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 9, 10 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 Danke, dulst Schöner Basket Unser Training ist jetzt erstmal vorbei. Ich gehe jetzt mit der Sophie und Kat zu den QVs, mit denen üben wir jetzt auch noch für die Generalprobe und dann geht es bald schon los. Die Zuschauer müssten auch ins 1,5 Stunden kommen und ja, das Training war ein bisschen weibrig, aber im Endeffekt bin ich guter Dinge. Es wird, glaube ich, eine ganz coole Generalprobe. So, ich bin jetzt auch endlich zu Hause. War echt ein langer Tag, aber es hat total Spaß gemacht. Ich stelle euch mal kurz auf. War echt ein cooler Tag, es hat schon mega viel Spaß gemacht, aber ich bin jetzt fix und fertig. Ich wollte eigentlich irgendwie noch ein bisschen mehr filmen, vor allem von den Auftritten, aber dadurch, dass ich ja jetzt selbst Pewie-Coach bin, ist es so schwer, alles unter den Hut zu bekommen. Deswegen musste ich da leider die Kamera zur Seite legen. Ich hoffe aber, dass genug, wie die Material sonst auch dabei ist und ich denke, es haben genug Leute mitgefilmt, dass ich da noch irgendwas heranziehen kann. Ich meine, jetzt zu dem Zeitpunkt im Video werdet ihr es ja eh schon gesehen haben. Ja, also bis Samstag haben wir auf jeden Fall noch zwei Trainings, bei denen wir nochmal in unseren Stunts arbeiten können. Das war eigentlich eine ziemlich gute Generalprobe. Hier und da vielleicht ein paar Wackler, aber wie gesagt, wir haben noch zwei Trainings, wo wir Vollgas geben können und müssen dann einfach nur bei der Regio wirklich alles geben. Und zeigen, dass wir es auch können. Aber es war ein cooler Tag. Ich mag das voll gern, einfach solche Generalproben zu haben. Ich bin zwar immer mega aufgeregt davor, also vor unserem Auftritt, aber sobald man auf der Matte steht, vergisst man einfach irgendwie alles und es macht einfach Spaß. Und dadurch, dass wir einfach so viele Teams sind, es fühlt sich einfach an wie so eine riesengroße Familie und die Stimmung war mega gut und die Pewies waren so süß. Es ist echt, ich bin so stolz auf die. Wir haben gar nicht für den Auftritt so viel Zeit gehabt zum Üben und dafür war es echt gut. Und übrigens, falls ihr euch wundert, warum Kat, also die andere Trainerin und ich auch auf der Matte mit den Pewies waren. Es gab leider zwei Krankheitsausfälle, deswegen mussten wir einspringen und haben zumindest bei den Stunts ausgeholfen. Ja, ich kam mir ein bisschen komisch vor auf der Matte unter den ganzen Zwergen, aber ja, im Endeffekt war es echt cool. Also hat schon Spaß gemacht. Und ja, jetzt heißt es nur nochmal Vollgas geben und dann bei der Regio abliefern. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, ihr kennt das. Abonniert mich auch sehr gerne, falls ihr es noch nicht tut und dadurch unterstützt ihr mich. Kommentiert gerne, vor allem wenn ihr heute da wart, wie ihr es fandet, ob es euch Spaß gemacht hat. Vielleicht wart ihr selbst aktiv. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Regio wieder. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und bis dahin, macht's gut.